Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mini-Spiele. Ich spiele mal wieder mit Kiara, die auch was sagen darf. Hallo. Ja, wir spielen auf Team Ulya, und zwar Jump World. So Kiara, du hast ja schon eine Map ausgesucht. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Prach eine Schule. Es ist die bestbewehrteste. Also eigentlich der Tageszieger. Nur Freunde werden mir angezeigt. Ab hier solltest du alle Schilder lesen, sonst wirst du das Ziel nicht erreichen. Gucken wir uns mal, kriegst du oben nach oben, würde ich sagen. Richtig böse. Wir müssen lesen, Yonaruto. Und das am Wochenende. Ja, das ist... Das ist ja eine Qual, ey. Das ist Folter. Das ist foltergleich. Ich muss jetzt erstmal stumm sein, zwei Minuten, weil du vorliest. Ich glaube, hier hinten sollten wir nicht raus, oder? Geht's vorne noch raus? Naja, wir können uns mal eben umgucken. Wieso lassen die dann die Träume laufen? Nein, hier geht's auch. Hier geht's raus. Geh ich vorlesen? Du willst also die Fähigkeiten der Drachenkrieger erlernen. Dafür musst du zunächst ein paar Prüfungen absolvieren. Begib dich zum Heiligen Platz der Drachenkräfte. Okay, ich glaube es geht. Deine Aufgabe ist es, Fähigkeit zu erlangen, um am Ende das finale Jumping One zu schaffen. Fange mit der ersten Prüfung an und fahre mit den folgenden Prüfungen fort. Erledige die letzte zum Schluss. Welch ein Wunder. Finale Prüfung, okay, tschüss. Erste Prüfung, Regeneration. Oh, da ist ein Checkpoint. Prüfung 1, Regeneration, okay. Okay. Wahrscheinlich, weil du jetzt aufnimmst, werde ich sowas von verkacken. Spring ins Wasser und hol vorher Tiefluft. Aua. Oh mein Gott, das sind ganz viele Fatale. Ne, auch ne Rose. Achso. Okay. Nein, okay. So soll ich noch was stecken. Luft nehmen. So, weiter. Ja, hier oben wieder. Ey, lass mich auch so wieder Luft nehmen. Okay, weiter geht's. Geht's lang? Ne, nach oben gibt's keine Luft. Sieht immer noch so aus, dass man dann Luft kriegt. So. Weißt du, wie nervig das wahrscheinlich ist? Im Zaun Gitter einfach Luft nehmen. Weißt du, wie nervig das wahrscheinlich ist, hier das alles mit Wasser zu füllen? Weil man kann ja hier nur richtig bescheuert Wasser platzieren. Hm. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Richtig nervig. Ich glaub, die Gitter hier sind dafür gedacht, dass wir einfach mal Luft drinnen holen. Hm. Ich schwimm jetzt einfach mal an dem nächsten Gitter vorbei. Okay, hier geht's noch raus. Oder? Ah. Oh, ja. Nein, das sieht nur so aus. Nein, ich ersticke. Okay. So, hier oben war. Ah, hier! Ah. Ah. Ah, okay. Ach so. Hab's. Du musst ein Portal und ein Checkpoint. Spring runter ans Wasser und meister die anderen Prüfungen auf dem Platz. Ich drück mal E, weil die Prüfung war jetzt die Prüfung Regeneration und jetzt habt ihr Regeneration. Geil. So, ähm, wo sind wir eigentlich? Ach, hier. Hier ist ein Pfeil. Guck mal, was ich grad gesehen hab. Ähm, wo zur Hölle war das? Wo ist denn der Pfeil? Ach, hier. Guck mal, hier ist einer nicht geschafft. Oh, der Arme. Oh. Bei mir in meinem Tech-Tabic sieht das so richtig süß aus. Gar nicht mehr gruselig. Ich glaub, wir sind hier grad falsch. So, hier raus. Hier, jetzt sind wir hier wieder. Zwei Weizenbrutz. Zweite Prüfung. Assistenz. Aber es ist irgendwie alles gleichgestaltet, ne? Und dieser Wald. Aber das ist ja alles selber gebaut, wenn du dir das vorstellst. Hm. Richtig cool. Oh, mein Gesprächsthema. Leut, du hast schon Checkpoint. Heki! Ich warte auf dich. Danke. Da hüpft er. Da hüpft er. Warum da her? Und ich soll das machen, obwohl ich nicht gut in Jump und Mots bin. Ich hab's auch gesagt, bevor ich nicht gut in Jump und Mots bin. Ich hab's gesehen. So. Na, klasse. Zum Glück ist das noch 1.8er-Glas. Kein 1.9er. Wie, meinst du das? In der 1.9er ist es Glas so, dass du... Ja, ja, stimmt, ja, stimmt. Es ist nur ein... Es ist nur eine Stange. Genau. Hier drauf. Hä? Ne, da kommt man nicht drauf. Ist hier irgendwo ein Checkpoint? Haben wir den übersehen? Ne, ne, da ist keiner. Hey, wie sind wir da drauf? Ich hab doch gesagt, gehst du. Boah. No. Oh, man. Hat's geschafft. Ich bin durchgesprungen. Ja, gesehen. Aber auf jeden Fall geil gemacht, die Map. Die muss so richtig so um die Ecke. So, zack, zack. Weißt du? Nimm mit deiner Hand. So, wegen mir hast du's geschafft. Thanks, danke. Willst du vorlesen was euch? Da musst du drauf springen. Hier oben ist Checkpoint. Da musst du gut springen. Jetzt hab ich ihn. Okay. Wieso muss man da gut springen? Hm. Wir können das so gut. Das ist easy, easy. 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 First try, ja. Oh, Gott. Alles first try. Ich hasse leid, dass Sprünge. Ja, bei mir ist immer noch alles first try. Schau mal meine Fails an. Null, ich weiß. Ich hasse leid, dass Sprünge. Das gibt's doch gar nicht. Du musst... Du darfst nicht so anders... Ach, hast du's geschafft? Nein. Du musst wirklich in der Luft sein. Du darfst nicht an der Wand kleben, weil sonst hängt dich die... Leiter ist noch so ein Pixel. Genau. Leiter... Achso, ich hab gedacht, du hast es geschafft. Die Leiter ist noch so ein Pixel breit und deswegen kommst du da nicht vorbei. Du musst wirklich so um die Ecke. Wieso eigentlich einfach hochhangeln? So hochhangeln reicht. Normal. Ich spring einfach viel zu spät ab. Das gibt's doch gar nicht. Du darfst eigentlich nicht so nah an der Ecke sein. Genau. Naja. Das ist genau, ne? Ich schaff das nicht. Ich hasse leid und Sprünge. Ich hasse immer auch leid und Sprünge. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Komm. Scheiße, scheiße. Nämlich, ich zeig es dir. Hier, verstehst du. Okay, vielleicht zeig es dir. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe. Achso, du stehst einfach nur in der Luft. Gut zu wissen. Ah. Natürlich bekomme ich eine Nachricht. Oh, apropos Nachricht. Ich mach mein Handy auch. Stopp. Guckt man hier hoch einfach so. Ich hab gerade keine Lust, das Champion One zu machen. Nein, scheiße, kommt man nicht. Ah. Da wird das Schummeln wieder bestraft. Für Note. Und das ist nicht so schwer. Ein bisschen Champion One Prüfung schadet keinen. Äh, Übung, Prüfung. Ach, egal. Ja, Champion One Prüfung. Hier ist ein Checkpoint. Gut. Geht's weiter. Ey, wir spielen jetzt schon seit zehneinhalb Minuten. Zehn Minuten. Ja. Nach fünf Minuten bekommst du dieses... Ich weiß, hab ich schon gesehen. Ja, ja. Und dann kannst du... Aber nicht bei allen. Das kommt immer ungefähr auf der durchschnittlichen Zeit, glaube an. Nein, das steht... Ich... Ich hab mir mal das Tutorial aus Spaß durchgelüpfen und er hat gesagt, nach fünf Minuten bekommst du dieses Bewerten Ding oder halt am Ende von der Map. Achso, okay. Oh, jetzt haben wir Nachtsucht. Nehmen wir was. Das bringt bei meinem Shader kein bisschen was. Ja. Hier ist auch ein Champion One. Ich bin einfach hinuntergefallen. Da ist so ein Gitter. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich glaub, ich hab's gesehen. Was hab ich dafür schon vorher gesehen? Alter, mord kurz. Hier her. Ja, ich hab ein paar Shader, wie man sieht. So, jetzt... Oh Gott, jetzt ist es hell. Nein! Oh, schon, ich hab uns da jetzt alle so die Helligkeit von ihrem Handy hochgestellt und dann ging ich so voll die Blende und... So, jetzt scheiße, das Ganze. Uh, knapp. Wirklich. Da oben war noch ein... ...bedammter Block. Ich glaube, man sieht, dass ich nicht gut in Champion One bin. Ach, jeder hat mal klein angefangen. Oh, jetzt wieder das gleiche. Da schauen wir nach oben. Ja, ich weiß. Drei Portale. Drei Prüfungen. Doch, jetzt gehen wir zur finalen Prüfung. Ja, ja. So, jetzt kann ich den Shader wieder reinschmeißen. Ja, da... Äh, da war's, glaube ich. Ich hab ein paar Shader, ich weiß nicht, welche ich davon gerade hatte. Ich hab uns einfach einen Ringer geschmeißen. Ja, müsste der gewesen sein. Du musst zuerst die anderen Kräfte erlernen, bevor du zur höchsten Stufe gelangen kannst. Erst zum Schluss spielen. Ja! Finale Prüfung. Nicht schon wieder. Warte. Nee, das ist... Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Du kannst da aber schon hochspringen an der normalen Seite. Ich weiß. Wenn man übe um Yonaroto. Keiner gesehen. Haben nur alle gehört. Hat auch keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Yonaroto, hier kannst du hochspringen. Da vom Moos. Genau da, auf dieses Ding. Das meine ich, das hat keiner gesehen. Guck mal, das ist ein Drache. Ist ja auch eine Drachenprüfung. Ja. Hab ich vergessen. Merkt man. Läuft einfach rückwärts runter. Alter, weißt du? Wilgans kleiner Drache. Was ist Wilgans kleiner Drache, Yonaroto? Heißt Wilgarn. Okay, freu dich. Mein Sprung akzeptiert es nicht. Ich muss um die Ecke springen. Ja, ich weiß, ich weiß, wenn ich die Ecke in den Leer rein. Nee, du musst springen, Yonaroto, nicht lauf. Ich bin gesprungen. Mit einem war'n scheiß Block. Wo stehst du überhaupt? Ich sehe dich auf dem Checkpoint. Ich sehe auf dem Checkpoint. Jetzt. Yonaroto ist geschafft. Guck, hier ist zwei ganz kleiner Drache. Zwei ganz kleiner Drache, okay. Wow. I hate it. Okay. Zumindest gibt's hier dann viele Checkpoints. Ausrufezeichen. Yes. Weil der Sprung schwer war. Mhm. Oder weil die Sprünge, die jetzt kommen, schwer sind. Thema. Ich weiß nicht, ob ich das ansprechen soll. Hast du mir ja kurz an... Äh. Anstupsen mit. Also ich hasse es. Den hast du nicht noch alle. Hm? Was du in der Zukunft geplant hast. Auf YouTube. Achso. Hm. Wusse ich noch nicht. Kannst du das Video die Zukunft nennen, wenn du darüber redest? Ich vielleicht mache hier mal ein extra Video dafür. Ach, Manu. Das ist ja als gutes Gesprächsthema gewesen. Also wenn ihr das wollt, dass ich mal so ein Video darüber mache, dann... Lass es dir was ist. Könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben? Richtig cool. Ich warte so... so eine Minute auf dich, dann fall ich runter. ist es wieder da? Nein. Guck dir mal zu. Mit Optifine? Ja, mit Optifine. Schön mal reingesucht. Ich auch immer. Wo ist denn der nächste Checkpoint? Spring in den Turm. Ich bin in den Turm gesprungen und gestorben. Hä? Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ha! Ich habe schon 31. Ich habe schon 31. Ich tu 17. Ich spiele das ja auch tagtäglich. Ich spiele immer immer das 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 ähm Ich habe es vergessen. Dieses Tageszieger... Den Tagessieger, genau. Das heißt Tagessieger. Ich habe vergessen. Ah, okay. Dieses... Heute war der Tagessieger Rotpilztraum. Und wenn du dann... Ja? Also es war wahrscheinlich... War wahrscheinlich heute früh um 0 Uhr so. Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm guckst, suchst wieder Rakete, sucht man ja. Suchst, ähm Bestbewerteste dann kommt Drachenschule. Wahrscheinlich ist es dann nach vorne gerückt. Verstehst du? Ich verzweifle gerade. Im Laufe des Tages. Ich weiß, was du meinst. Im Laufe des Tages dann der Tagessieger geworden. Wahrscheinlich ist es... Wenn das so bleibt, dann ist es die Drachenschule morgen der Tagessieger. Also wir sind in der Zukunft. Äh, die sind in der Vergangenheit. Genau, gut. Ja, vielleicht spüren wir ja nachher in einer anderen Folge nochmal die... Ich hasse es. Okay, ähm Ja, vielleicht... Aber Rotpilztraum, okay. Genau, vielleicht spüren wir den ja nachher noch. Dann haben wir ja sehen dann. Ja, die wäre ganz schön, aber die hat irgendwie gar nichts mit Rotpilzt zu tun gehabt, also... Ähm... Vielleicht ganz am Anfang kurz, aber ansonsten... Kann auch was mit uns zu tun haben. Guck dir meine Face an. Hm? Guck dir meine Face an. Och, ich hab mal einen Jump'n'Roll gehöft, aber hatte ich 120 Face am Ende und das Jump'n'Roll war Tagessieger. Und das war das Beste. Also es war ein sehr gutes Jump'n'Roll. Springen wir in den Turm? Ich verstehe es nicht. Vielleicht noch auf dem Rand. Oder ich geh jetzt einfach mal... Ach man, du Regeneration... Äh... Regeneration. Und wo ist es? Kann man doch da so in den Seiten springen und dann immer so langsam in den Turm reinspringen. Alter, das gibt's doch nicht. Such mal den nächsten Checkpoint und dann... Ach, da unten ist ein Portal. Gespoilert. Jetzt seh' ich dich nicht mehr. Hm. Ihr könnt mir ruhig reinschreiben, wie scheiße ich bin. Ich guck's eh also. Wie ich das nicht kann. Die Kommentare. Äh. Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben. Dass ihr das eh... Ah gut, macht ja wahrscheinlich sowieso. Reinschri... Und da kam die nächste Nachricht. Boah, du bist so schlecht. Mann, wieso spielst du das? Wenn du das eh nicht kannst. Hm. Äh. So ein Kommentar... So, jetzt scheiße ich hier drauf. Jetzt geh ich hier schon hier runter. Du bist so schlecht. Sorry. Das sah grad geil aus. Ich bin drauf gelandet und du bist runtergeflogen. Erkwann. Bist du? Jetzt sind wir nicht wieder hier. Oh, jetzt darf ich den Schalter wieder rausschmeißen. Das gibt es doch nicht. Oh Gott, wir sind bei den anderen Jobworn. Sind ja eigentlich grad noch andere Trainer? Kann sein. Ich guck nicht. Weil ich hab nur Freunde gestellt. Ich seh nur Freunde. Hab ich auch. Ah, hinten ist Potton. Und ich hab's noch kackt. Sprung in den Fluss und lass dich von Wellen mitreißen. Warte doch einfach mal. Mann. Du kannst viel ebriger vorlesen. Ich rede dir die ganze Zeit das... Wow. Lol. Spring in den Fluss. Lass dich von den Wellen mitreißen. So in etwa. Yay, Speed. Lass mich von den Wellen mitreißen. Ähm. Alles klar. Alles klar. Ich lass mich auch mal von den Wellen mitreißen. Alles klar. Jo, er springt einfach drüber. Ach, Mensch. Das ist nervig. Wo bleibste, du? Der Fluss bei dir etwa nicht so schnell wie bei mir. No, tut mir leid. Oh, fuck. Das ist richtig gemein. Hier. Okay. Lol. Lol, irgendwas kam da grad weg. Ich hab jetzt noch Feuerschutz bekommen. Ich auch. Ah, wir dürfen nicht weiter runter. Alter. Das ist mit Schnelligkeit scheiße. Ja. Ist es. Gott. Aber die Sprünge sind vielleicht... Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wäre nur mein... Mein... Mein Gesicht nur so verzogen. Und ich könnte trotzdem normal springen. Also ich hab Schnelligkeit. Ah, ich auch. Alter, ich war doch drauf auf dem Block. Ich hab sogar gesneakt. Mal gucken, ob hier eigentlich wer ist. Oh, jetzt hab ich Feuerschutz wieder weg. Wieso Feuerschutz eigentlich? Ich bring einfach grad zu weit. Jetzt hab ich's. Ich hab jetzt nicht bei jedem Checkpoint auf dich gewartet. Tut mir leid. Na ja, hier ist es jetzt nicht so schlimm. Ich hab den Checkpoint. Bei mir. Gott, ich hab mit Optifine sieht es doch noch normal aus. Und dann zooms du so zurück und siehst einfach so boom. Hm. Geht's runter oder rechts lang? Kein Schild. Scheiß'n Schild. Also es ist rechts. Immer noch Speed. Ah, lab. Ich hab meide das Wasser. Was ist das Wasser meiden? Hey, wie macht man das erstmal jetzt auf einmal? Ah, da ist ein Checkpoint. Geht's da drüben lang oder hier drüben? Hier ist ein Checkpoint. Hier drüben geht's aber auch lang, wo ich grad bin. Nee, geht's nicht. Scheiße, hier ist Lava. Hier ist Blut. Äh, das ist natürlich Ketchup. Das ist Ketchup. Okay. Ja, hier ist Ketchup. Wie man sieht. Ketchup. Wir hatten hier seine Ketchupflasche ausgeschüttet. Mann. Können wir da nicht mal ein bisschen normal sein? Guck mal hier drüben lang. Hier ist ein Lava da unten und da. Hier ist nix. Hier geht's runter. Hier ist rei... Hier geht's runter. Hier bist du richtig. Steht bei mir. Okay, aber wir gehen later runter. Wart Gott, ich komm gleich rüber. Das ist ein Labyrinth. Okay, hier ist so gebaut. Guckst du wissen. Ich komm rüber. Wart. Speed, 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 speed. Ähm, Labyrinth. Das sieht grad nicht so aus. Ist da wirklich immer noch Speed? Frag ich mich grad so. Vielleicht ist das einfach nicht so gebaut gewesen. Oh, das ist so gebaut gewesen. Ja, damit ich Schilder nicht lesen kann. Auf dem Baum. Okay, jetzt hab ich Sprungkraft. Woow. Folge den Melonen. Nein. Auf den Bäumen. Das heißt, den Melonen auf den Bäumen folgen. Oh Gott. Ach, da oben. Ja, gut, grad hast du geschafft. Ah, wir gehen jetzt ins Luftschiff. Ja. Kannst du am nächsten Checker auf mich warten? Ähm, wenn ich hier oben einfälle, ja. So, bin hier oben drin. Ey, guck mal. Wenn du hier bist, guck mal, was da hinten steht. Da steht irgendwelchen Namen. Mü, das ist in, wahrscheinlich, ähm. Das ist Virgan in Leoba. Ja, Bauermeister. Ne, My-Nos-Wirgan. Okay. Aber sein Name steht nicht dort. Von My-Nos-Gaming. Hast du eigentlich den Namen am Anfang gesagt? Äh, ja, die Map. Also die Map ist bei... My-Nos-Gaming. Jetzt ist es zu spät. Äh, hier ist ein Checkpoint hier vorne. Das sind Checkpoints. Vier Stück. Aber ich glaube, das ist WanoDeko-Artikel. Ja. Alter, ich hab Speed einfach nur. Ich hab Speed. Speed, Speed. Da unten? Ich hab's Portal. Ich hab's Portal. Ah, hier. Oh Gott. Der Erbauer. My-Nos-Gaming, Zwirgan, Pumukul und Leo-Beer. Boah, ich hab kein Speed mehr. Geh hinter und woche... Die Druckplatte, dann hast du kein Speed mehr. Nee. Ah, okay. Ähm, erstmal bewerten kurz. Wie fandest du die Map? Was ist mir eigentlich... Boah, ich fand die... Kreativität sehr gut. Optik sehr gut. Sprünge eigentlich auch sehr gut. Fand ich. Gibt man gut für den... Für die komischen fiesen Sprünge zwischendrin. Und für den komischen Turm. Weil man ja gestorben ist. So, jetzt. Also, du hast es geschafft und bist nun ein Drachenkrieger. Danke, dass du unsere Map gespielt hast und uns eine faire Bewertung dargelassen hast. Liebe Grüße, My-Nos-Gaming. Die Erbauer. My-Nos-Gaming, Zwirgan, Pumukul und Leo-Beer. Die Helfer. Mountain HD, Fyn, 1, KS, Diddy HD, Trapsi, Junkie, Zock, MG Zockt. Jo. Schau mal, das ist voll ein coole Ausblick. Och, geil. Hm. Stell dich da mal mit hin. Stell dich da mal mit hin, Gerda. Wo, 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 wo? Komm ein bisschen näher. Da unten bist du. So, einfach, so, warte kurz. Noch ein Stück runter. Räb da. Bist du zu hoch. Noch ein Stück nach rechts. Also bei dir links. Ein kleines Stück wieder zurück. Noch ein kleines Stück. Noch ein kleines Stück. So. Schlag mal. Gut. Ja. Ähm. Da hab ich also den falschen Tastor gedrückt. So. So, Screenshot gemacht. So, dann kannst du Ja, dann. Ey, hier drüben steht, glaube ich, noch einer. Hier unten steht Pumuckl. Manners Gaming, Zwirgan. Pumuckl. Das sind die Abbauer. Genau. Okay, dann. Wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und. Jo. Jo, dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Ja. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020